Der AfD-Landtagsabgeordnete Heinrich Fichtner klagt gegen seine eigene Fraktion. Der Prozess hat heute in Stuttgart vor dem Verfassungsgerichtshof begonnen. Die AfD-Fraktion hatte Fichtner ein Redeverbot erteilt, da er sich im letzten Jahr für die Gesundheitskarte für Flüchtlinge ausgesprochen hatte. Damit widersprach er der Parteilinie. Fichtner will das Redeverbot nun gerichtlich kippen. Ich hoffe, dass dieses Gerichtsverfahren die Freiheit des Mandates stärken wird. Die Partei will das Urteil abwarten und dann über den Umgang mit Fichtner beraten.